Lufthansa F9A0, Position Alpha 16, Request in Pushback. Lufthansa F9A0, Pushback, Pushback. Lufthansa F9A0, Pushback Approved. Lufthansa F9A0, Pushback Approved. Lufthansa F9A0, Pushback Approved. Vielen Dank, ihr wisst Bescheid. Engine Start, D1. Engine 2 Start. Lufthansa F9A0, Wind Stream 10. Lufthansa F9A0, Request in Pushback Approved. Lufthansa F9A0, Request in Pushback Approved. Ready, take off. Take off power set, 100. Checked. Go! Rotate. Gear up. Gear up. Lufthansa 491, Kontaktmastricht, 135.490, tschüss. Lufthansa 491, 135.490, tschüss. Das sieht aus, wie wenn es Feuer gäbe da unten. Ich freue mich auf Seattle. Ich habe nur Schönes bisher gehört. Traumhafte Stadt, wunderschön. Stadt mit der besten Luft in den USA, gute Musikszene, nette Kneipenszene, Theater, bunt auf der Straße und dazu natürlich noch Hafenstadt und Victoria Island gegenüber. Besser geht es nicht. Seattle, berühmt für viel Regen, heute Ausnahmsreise, Sonnenschein, sodass wir ja hoffen, einen wunderschönen Anflug zu machen. Wenn wir dann am Boden sind, werden wir mit Ihnen gemeinsam die Boeing-Werke besuchen und am Nachmittag auch ein Museum der Boeing-Werke, sodass Sie von den Flugzeugen der Zukunft bis zu den Flugzeugen der Vergangenheit alles mit uns gemeinsam erleben können. Lufthansa 490, Seattle Tower, 199, number one. 50, 40, 30, 20, retard, retard, retard. Viel besser kann man es nicht machen. Ja, habe ich mir auch überlegt.